Mein Name ist Reinhard Geiser, bin 59 Jahre alt und wohne in Eppern. Vor meiner Pensionierung war ich im grafischen Gewerbe tätig und seit bald 30 Jahren bin ich Mitglied im Eppern Gemeinderat. Ich trete als freiheitlicher Kandidat bei den Landtagswahlen an, weil ich von der Idee und der Ausrichtung dieser Partei überzeugt bin. Ich bin gegen Multikulti, gegen unkontrollierte Zuwanderung, gegen zu viel Toleranz gegenüber den sogenannten neuen Bürgern und bin dafür, dass lästiges Betteln verboten wird. Nach über 70 Jahren SVP-Alleinherrschaft würde unserem Land eine politische Auffrischung guttun. Vereine und Organisationen müssen vom bürokratischen Dschungel befreit werden. Die Benzinpreise in Südtirol sind der Nachbarregion Tirol anzupassen und die Sicherheit der Bürger muss eine zentrale Aufgabe der Politik sein. Dafür setze ich mich ein, unseren Bürgern und unserer Heimat zuliebe. amit Boom von Wies Corona von